Servus liebe Trader, an den Märkten sehen wir weiterhin eine laufende Erholungsbewegung. Es könnte sich lohnen, vor allem zuletzt stark abgestraften Qualitätsaktien nachzusehen. Wo gibt es denn neue Impulse, wo gibt es neue Rebound-Bewegungen, die anlaufen? Und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Easy Scan ganz schnell und einfach ein Template erstellen könnt, um genau solche Aktien zu finden. Auf aktie.traderfox.com müsst ihr euch nur einloggen, ich mache das schnell. Dann habt ihr hier, wenn ihr Zugang zum Morningstar Datenpaket habt, auch schon den Easy Scan. Und da haben wir jetzt verschiedene Auswahlfelder zur Verfügung, um ein solches Screening zu erstellen. Wir haben uns zuletzt schon angesehen, unser neues Screening-Template Fallen Angel, wo es darum geht, Qualitätsaktien zu finden, die zumindest 40% von ihren Hochs korrigiert haben. Wir verfeinern dieses Screening heute mit dem Easy Scan einfach und schauen uns an, wo auf Wochenbasis jetzt im Zuge der Markterholung wieder besonders starke Kandidaten zu finden sind. Wir haben hier jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mal am US-Markt die Börsenplätze New York Stock Exchange und Nasdaq auszuwählen. Dann haben wir hier, sehen wir rechts oben, 7.105 Aktien am Schirm, die hier unten auch aktualisiert sofort eingeblendet werden. Und wir wollen heute aber vor allem Qualitätsaktien rausfiltern. Da nutzen wir unseren Qualitätsscore vom Aktienterminal und sagen hier zum Beispiel, können wir eigene Parameter definieren, dass zumindest 11 von 15 Punkten erfüllt sein müssen. Also genau wie bei den Fallen Angels eigentlich. Das wähle ich hier aus und dann sind von diesen 7.000 Aktien nur noch knapp 1.000 übrig. Damit wir jetzt aber vor allem Aktien finden, die auch stark abgestraft wurden, gehen wir noch zu technisch und sagen, der Abstand von 52 Wochen hoch, der muss immer noch größer als 40% ausfallen. Auch hier wieder einfach die eigenen Parameter definieren. Ich habe es hier schon einmal gemacht und kann ich es auch vorgefertigt wieder auswählen. Und dann sind es schon nur noch 200 Aktien. Von diesen 200 will ich aber jetzt diejenigen sehen, die eben auf Wochenbasis wieder besonders stark angezogen haben und im Zuge dieser Markterholung auch gespielt werden. Und da gehe ich einfach hier weiterhin bei technisch auf Performance eine Woche, größer 5%. Habe jetzt noch 114 Aktien drauf und kann jetzt entweder sortieren nach dem Qualitätsscore, nach der Wochenperformance oder dem Abstand zum Hoch. Sinnvoll ist es hier jetzt natürlich nachzuschauen, wo gibt es denn die stärksten Kursgewinne auf Wochenbasis. Wir haben da zum Beispiel eine Block, also gerade die Fintechs weiterhin spannend. Block profitiert weiterhin auch von seiner Cash App. Star Surgical auch wieder sehr spannend. Da gab es gerade erst die Zulassung für die eigenen Evo-Linsen im Heimatmarkt. Bei Star Surgical muss man wissen, ein führender Anbieter von implantierbaren Kontaktlinsen. Gerade der Markt für Kurzsichtigkeit, der wird stark wachsen. Im Jahr 2020 gab es bereits 2,5 Milliarden bekannte Fälle von Myopie, also Kurzsichtigkeit. Und bis 2050 rechnen Experten mit einer Verdoppelung auf 5 Milliarden Menschen. Star Surgical erweitert mehr oder weniger oder verbessert seine Wachstumschancen durch neue Zulassungen und ist jetzt auch hier nach diesem Rücksetzer wieder sehr interessant. Zum Beispiel hier sehe ich immer noch 54% vom Hoch entfernt. Shopify kennt man natürlich, hat jetzt eine Kooperation mit Twitter, der Social Media Plattform verkündet, um Shopify-Händlern zu ermöglichen, über den Twitter-Manager, quasi über die Social Media Plattform, die Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Hier könnte es auch zu einer Bodenbildung gekommen sein. Die Aktie kratzt hier an der 400-Dollar-Marke, könnte dann die Aufwärtsbewegung nochmal beschleunigen, wenn es da drüber geht. Sonst sehen wir auch die China-Stocks, also vor allem im Technologiesektor. Bei Alibaba sehr stark sehen wir zum Beispiel auch in der letzten Woche ein Plus von über 16% wieder, 11 Punkte beim Qualitätsscore. Und da wird auch einfach gespielt, dass vor allem die Volksrepublik die Zügel ein wenig lockert bei den Technologieaktien, die ja zuletzt auch stark reguliert wurden, um einfach sicherzustellen, dass durch die Lockdowns, also vor allem auch in Shanghai, die Wirtschaft nicht völlig einbricht und zum Erliegen kommt. So kann ich mir hier wirklich spannende Inspirationen holen. Ich kann natürlich auch nach dem Qualitätsscore filtern, sehe dann auch nochmal Aktien, die eben zumindest 5% zugelegt haben, also sich der Erholung angeschlossen haben am Markt und habe da zum Beispiel auch spannende Aktien wie eine Adobe, die wir auch in unseren Live-Trading-Sektionen ausführlich besprochen haben nach den Zahlen, die es gerade gegeben hat. Hier gab es einen Sellout, die Aktie springt wieder an und ist vor allem auch deswegen interessant, weil der CEO von einer höheren Nachfrage rund um das Metaverse spricht, also vor allem Firmen wie Unity Software, Bekleidungsunternehmen wie Hugo Boss, die bauen einfach immer mehr ihre Produktpalette auf, für zum Beispiel virtuelle Läden, um dort Bekleidungsstücke verkaufen zu können. Und Adobe liefert hier mit Substance 3D für 3D-Modelle und auch Adobe Arrow die richtigen Tools, um VR und AR, also Virtual und Augmented Reality Erlebnisse erstellen zu können. Sehr, sehr spannend. Dieses Screening sollte man, glaube ich, jetzt immer wieder auch regelmäßig durchführen. Man wird hier auf Kandidaten aufmerksam, die man vielleicht kennt und aber aus den Augen verloren hat oder auch neue Kandidaten, die man so noch gar nicht auf dem Schirm hat. Wenn ihr euch diesen Score entsprechend anschauen wollt, dann klickt ihr einfach vor Adobe zum Beispiel auf die Ease in der Aktie drauf. Wir sehen hier 15 von 15 möglichen Punkten werden da erzielt, also die Höchstpunktzahl. Ich kann mir das bei den Visualizations auch immer sofort anzeigen lassen. Die lassen sich übrigens auch kostenlos durchführen. Wenn ich hier auf Qualitätscheck klicke, dann sehe ich hier nochmal aufgeschlüsselt, wie sieht es bei Wachstum und Stabilität aus, Profitabilität, Trendverhalten, Sicherheit, was die Bilanz, den Verschuldungsgrad betrifft und auch die Bewertung KUV, KGV. 4,2% aller anderen Aktien haben derzeit nur einen noch besseren Score und die könnt ihr euch auch ansehen, wenn ihr hier einfach auf Schausite anklickt. Alles, was ihr benötigt für dieses Screening, wie gesagt, das Morningstar Datenpaket, unser Add-on für 19 Euro im Monat erhältlich. Alle Informationen zum Produktumfang verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades.